bopp bopp so das war das schon ja deswegen wollte ich seitlich wow und? nicht falle wenn ich es nicht auf der kamera habe hier ist ein doppel da kannst du aber schön warte mal auf der markt nicht so arg auseinander du musst aber ziemlich weit nach hinten scheißloses zeug achja das ist diese scheiß stelle hier rechts 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 alter mann hallo 35 jahre kurz vom greppieren geht schon geht schon geht schon ich habe auch mein stolz ja das ist bestimmt ein alter hässlicher mann besser als wenn du die granate ziehst und dann dreht sich um und dann siehst du so schein totes zombie und ich mach besser mal die kameras aus damit man nicht zuhört bei so sehr schön fahrrad muss nicht schön aussehen fahrrad muss funktionieren naja ok das sag gerade ich wo es immer so viel optik verändert am fahrrad naja ich finde mein stevens war bis jetzt das schönste fahrrad das war auch das ich gut gefahren wird aber ich muss sagen ich habe mich auf dem rad auch sehr schnell wohl gefühlt ich hab dir aber letztens schon gesagt du hättest dein stevens nicht verkaufen sollen lieber das 12 ja aber was bringt mir das ist dann habe ich zwei räder als enduro die sich gerade 10-15mm am federweg unterscheiden das ist ne da kann ich auch das hier die ganze zeit im eco modus fahren so oh mein, das ist ein großes Vieh fuck, ich sollte den Mund zu lassen beim Fahren scheinbar, schauen wir mal jetzt nicht nirgendwo liegen sie toll, was mache ich hier gerade ich fühle mich wenig hier die scheiß Flieg steckt mir noch im Hals sterb gleich und das ist nicht wegen der Erkältung, sondern wegen dem Vieh im Hals oh hop guten Tag dankeschön Leute die einmal grüßen können oh oh yo oh oh oh